Am 29. Dezember, wir haben es endlich geschafft, der Ruedi und ich. Wir haben es schon lange abgemacht, wir haben gedacht, wir machen etwas zum Schluss, wir wollen im Dorf herumlaufen. Aber irgendetwas ging es dann nicht, wir nicht. Und jetzt sitzen wir hier am zweitletzten Tag beim Rudolf Rippunger im Büro. Er war Gemeinderat, ich glaube 8 Jahre. Dann wurde er in die Gemeinde an. Jetzt ist er Gemeindepräsident, 28 Jahre im Dienst von Grabs. Und eben, ihr wisst, am 29. Ende dieses Jahres ist es vorbei. Jetzt bin ich aber gerade drauf gekommen. Ruhe, du hast mir vorhin gesagt, du sollst noch Jahre höher sein. Du bist also ein 54er. Du wirst erst am nächsten April 1963 gehen, du gehst halt zur Frühpension. Warum? Ja, es ist so zwei Varianten gegeben. Entweder nochmals zur Wahl antreten, dann unter der Voraussetzung noch zwei Jahre zu machen. Oder nochmals eine Folie anzunehmen und dann wäre ich eher 67 anstatt 65. Und deshalb wollte ich nicht. Und zwischendrin wollte ich auch nicht hören. Also ich bin dafür, dass der Bürger weiss, auf was er es einlässt, wenn er einen vier, vier Jahre wählt. Und darum habe ich mich jetzt entschieden, mit 63 in die Pension zu gehen. Ich bin auch einer dieser Jahrgänge, der das noch kann. Also kommst du jetzt kurz? Ja, ich hoffe es nicht. Ich sehe es dann, als ich meine Renten sollte ausgerechnet. Klar, es ist logisch. Es fehlt natürlich. Selbstverständlich fehlt die Anwahl. Da haben wir aber glücklicherweise bei uns für den Mai bis jetzt eine Übergangsrenten angekommen. Von daher her sollen es an und für sich aufgehen. Aber es ist nicht so, dass ich nichts mehr machen will. Ich will einfach ein bisschen mehr Zeit haben für mich. Und ich will dann noch vielleicht zwei, drei Projekte machen und ein bisschen weniger einfach flitzen. Selbstverständlich könnte man es fast nicht vorstellen, dass du nichts mehr machst, oder? Du bist eigentlich immer ein gewesen und Bewegung gewesen, oder? Selbstverständlich ist es so. Ich glaube, es ist schon in meinem Naturellen, nichts zu tun, zu Hause in den Fernseher schauen. Aber ich bin einfach froh und dankbar für ein bisschen mehr Zeit für mich. Als ich vielleicht mal sagen kann, heute ist schön Wetter, heute gehe ich ins Berg. Oder heute ist schön Wetter, heute gehe ich Skifahren. Bis jetzt war ich auch durch das Handy, respektive die Termine in diesem Handy. Und die Termine haben sie dann halt viele nicht zu, um spontan zu entscheiden. Ich musste immer weit draussen entscheiden, auf 14 Tage. Und wenn du auf 14 Tage raus entscheiden musst, dann müsste ich noch den Wetterbericht anschauen. Und dann bist du auch nicht allverlässlich. Das wissen wir ja, oder? Eben, da muss man klar sehen, ob man jetzt die Gemeinde Ammen ist oder die Gemeinde Ammen ist. Man ist natürlich ewig und immer eingebunden, oder wenn du heimliche Ansprüche haben. Aber du warst jemand, der nicht darauf herumlaufen konnte, oder? Ja, also ich habe jetzt nicht an einen anderen Ort herumlaufen müssen. Ich muss sagen, von Anfang an hat der Bürger auch akzeptiert, dass ich jetzt nicht alle im Büro sitze. Dass ich heute schon auswärts bin. Termine abzumachen ist eigentlich für den Bürger von Grabs selbstverständlich auch kein Problem gewesen. Wenn ich da war, dann war ich da. Dann konnte man schnell kommen. Wenn ich halt nicht da war, dann war es wahrscheinlich vorteilhafter, einen Termin abzumachen. Und natürlich, wenn du unterwegs bist, dann hat es heute schon einmal jemand gesagt, wenn ich sie gleich sehe. Aber mit dem musst du umgehen können, dann musst du halt schnell nach dem Stuhl. Und ich habe es auch gerne mit Leuten geredet und mich unterhalten und geschaut, wie es ihnen geht. Und darum hat es mich nie gestört. Natürlich, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, wie die Kinder, die noch kleiner waren, dann wären sie dann schon gerne weitergelaufen und hätten nicht noch zugelassen, wie der Vater. Aber das gehört dazu, das weiss man. Das hat auch meine Frau bei uns keine, auch wenn sie ja nicht alle auf der Welt waren. Aber vielleicht ist ich auch froh, wenn der Kameramann ihnen irgendwie nachspielt. Mir ist aufgefallen, das gilt aber fast für alle quasi First Lady im lokalen Bereich. Also wenn man mit der Kamera kommt, trauen sie nicht so gerne. Ja gut, sie haben dann noch das Gefühl natürlich, man würde sie da jetzt im Vordergrund sein, sie möchten ja dann lieber im Hintergrund sein. Aber es ist wichtig, dass du jetzt, wer deine Partnerin ist, die eben die Drucken frei hält, vor allem zu Hause. Das muss ich ganz klar sagen, das geht es nicht. Wenn ich jetzt nur noch zu Hause jetzt alle Aufgaben erfülle, die man vielleicht heute von einem modernen Mann erwartet, dann wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Sie hat viel eben quasi das Backoffice geführt mit den Kindern und so weiter, obwohl ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass das Kind vernachlässigt. Aber dafür auf der anderen Seite gibt es natürlich auch nicht schöne Anlässe, wo wir dann zusammen besuchen können, wo man jetzt natürlich sonst nicht eine Einladung hat. Oder wo man hin zum Stadttheater zu einer Premiere, wo zum ersten Mal aufgeführt wird in St. Gallen oder so, von dieser Zeit hast du natürlich als Normalsterblicher in Anführungszeichen nicht. Wir können auf das Alzheimer zuerst nochmal zurückgehen. Ich habe gesagt, wir sind fast Jahrgänger, also ich bin nicht zur Grabsinschule, ich bin 14, ich bin ja hergekommen. Einmal bin ich zur Grabsinschule. Ich bin beim Vogel noch. Aber ich habe mich anscheinend nicht so korrekt verhalten. Viele haben dann gesagt, die Hansgut müssen tot sein. Irgendwann hat sie gesagt, wir spielen hier nicht schütten, wir spielen Fussball, und du musst dich richtig benehmen. Also eines kann mich erinnern, du warst schon mal beim Golner, beim FC. Und am Abend sind wir dort richtig reingefahren, du bist hinten auf meinem Mondia-Vilo geschaut, ich habe ein bisschen scharf bremst, da hinten eine Achtung gegeben. Jetzt in Erinnerung, jetzt ist es mir interessiert, warum sind wir dort reingefahren? Bist du dort unten? Nein, ich bin in der Werder aufgewachsen natürlich, in der Werder aufgewachsen. Ich kann mich, als hätte ich mich nur erinnern, an das Schutte. Ich sage jetzt auch gleich Schutte, obwohl ich mir Hans Vogel lieber hatte, wenn man gesagt, Fussball spielen. Ich habe mich erinnern an das Schutte natürlich. Dein Bruder hat dann unter mir, oder dann hat er nach mir geschuttet. Und ich kann mich gut erinnern, dein Vater war natürlich ein Star-Goal beim FC Buchs. Aber gut, du hast auch gesagt, bin ich Rade, bin ich König. Gut, das ist schon eine Episode, das ist schon lange her. Aber ich war kein guter Fussballer, aber mit Liebe und Seele dabei. Alles, was ich hier habe, habe ich mit Liebe und Seele gemacht. Wie sportlich ist es nicht wahnsinnig. Ich bin talentiert. Mit Talent bin ich nicht ausgestattet. Und man hat hier einfach zum selben Zeitpunkt fest, dass man etwas machen kann. Also entweder Turnen oder Shooten. Jetzt Shooten hat der Vater lieber nicht. Also er hatte lieber, wenn ich nicht shootet hätte. Oder er hatte lieber Turnen. Und Knabenmusik. Heute ist mein Grauen, als ich nicht in Knabenmusik bin. Ja, schon. Jetzt kann ich es nur etwas verboten. Aber hier hätte ich auch sollen. Heute ist mein Grauen. Aber, ja. Der Vater ist angesprochen, oder? Er war am Esmer in der Kirche. Er war natürlich auch dicker. Ich glaube, er war bei der Nachfolger von meinem Grossvater als Reinstiegfachlehrer. Hast du nur noch fettnen und durfte sein? Ja, natürlich. Unsere Familie musste natürlich überall mithelfen. Also ich habe gefertigt. Ich habe eine Nätelung eingeholt. Mein Vater hatte die Nätelung dann hinten, wenn sie gefertigt sind, von der Abkommen. Weisst du, wie viel Notlass kam? Wie viel? 100 Bier? Ja, 100 Bier. Da kommt er von meinem Kunden an, ob du ein Monogramm gemacht hast, oder ob die Tücher gemacht hast, oder ob du die Bank gesteckt hast. Meistens hat er die Bank gesteckt. Genau. Aber du, mit deinem Einsatz, bist du sicher beim Fett nicht die Nottel rausgefallen? Natürlich. Es war auch nicht so einfach, so ein wenig Ökchen zu treffen. Und dann musste sie geraten, sonst hat sie dann hinten nicht abgenommen. Also wenn du eine schräge eingeholt hast, dann war das nicht gut. Und dann haben wir natürlich, in der Kirche, dort ist logisch, Rasenmähen, WC putzen, da ist alles dazugehört. Im Winter natürlich Schnee, Schnee rum. Hier hat es noch Schnee gegeben, im Gegensatz zu jetzt. Und dort mussten wir natürlich mithelfen. Es ist klar, die Familie musste mithelfen mit den verschiedenen Berufen, die der Vater hatte. Dort hat der Gräber auch dazugehört. Ja, genau. Dort war er auch von der politischen Gemeinde. Dort war er bei der politischen Gemeinde angestellt. Als Meister bei der Kirche. Und er war ein Stickfachlehrer von der Treuhang-Gesellschaft. Und er konnte den Stickern einfach wie dein Grossvater ein bisschen zeigen, wie man zum Beispiel steckt oder Maschinen flicken. Genau. Aber du hast gesagt, du bist sportlich gewesen, aber Skifahrer, Schatz Buchser, die Grabsen sind doch schon herumgeschnürzt. Etwas Brutales. Also, der Ties Isler, der Heinrich natürlich. Aber du bist auch ein guter Skifahrer gewesen. Ja, sie sind noch gegangen. Ich war einfach Skikurpräsident natürlich. Ich war ein paar Jahre Skikurpräsident. Ich war dann auch Präsident von diesen Skirennern am Grabsenberg. Das war eine interessante Zeit. Heute kann man sich das fast nur vorstellen, dass man dort ja auch Skirennen machen konnte ohne Skilift. Ja, man hätte ja mal eine Piste machen, eine Fisspiste. Ja, wollen wir. Ja, natürlich. Das ist homologiert. Sämtliche Pisten am Bergam sind homologiert. Wir haben eine Risslalonpiste homologiert. Wir haben eine Super-Ski homologiert und eine Abfahrt. Und einmal kann man zumindest den Pfeuern kommen und die Alzen weg tun. Ja, das habe ich schon. Ja, mehrmals. Mehrmals. Aber das war interessant. Dadurch bin ich auch in den Skiverband gewechselt zum Ost-Schweizer Skiverband, wo ich ein paar Jahre tätig war. Dadurch konnte ich auch zwei Monate Schweizer Meisterschaft als nationaler Schiezrichter. Ich war zu grün bei den Herren und Damen im Stoss. Da kannst du natürlich nicht wenn du jetzt nichts tust. Da musst du vorrötsches tun. Und das dann bekommst du so ein Abschiedsgeschenk rüber. Du darfst in einer Schweizer Meisterschaft zum Beispiel mit einem Kalfressler oder einem Ja am Tisch zusammen in der Jury sein. Und dann mit einem internationalen technischen Delegierten. Das ist nicht selbstverständlich. Eben, damals hat man einiges erlebt. Das ist ja im Haus mir daheim. Früher hatte er früher noch im Haus dann zusammen. Jetzt bin ich ja angefahren in der Kampanei. Der John ist dann im Baum eingefahren. Die Kampanei war damals schon ein Begriff. Heute konnte es einen Aufvogel turnen. Aber eben, um wirklich zu fahren, ist es heute schwierig. Ja, das ist klar. Unsere Skirennen waren natürlich im Grabseberg. Aber ich möchte mich gut erinnern. Aber du hast eben schon nie geblieben. Ja, ich möchte mich gut erinnern, als der Auffall mit dem John war. Ja, es war genau gleich. Die Föhe hatte wenig Schnee. Und da war ich in den Studios daheim, also gegenüber dem ehemaligen Landi. Moment, dann warst du auch mal ein Grabser? Ja, so ein Stuttner wie ich jetzt? Ja, so ein Stuttner, ja. In den Studios bist du daheim? Ja, gegenüber dem ehemaligen Landi. Ja. Und da ist ein Jeep rausgefahren mit einem Anhänger, mit einem Anhänger dran. Es hat die Schnee darauf hingekommen und eben einmal darauf hingekommen. Das war natürlich eine tragische Geschichte. So wie immer ist es tragisch, wenn so junge Menschen verwirklichen und gerade noch beim Sporten, beim Skifahren. das ist schon ein Tragen. Ich kann mich erinnern, dass es da kein Krankenauto gab, wie heute mit Nordratzen und so weiter, wo sie dann am Stuttner Berg oben anhaben. Es hat doch schöne Sachen gegeben, im Campaner, also Sie und Ehren, da bist du auch noch mal gefahren mit Ihrer Frau. in den Skiklub gemacht, weil ich bei den Berger war. Ah, nicht? Du musst im Klub sein, um dort fahren zu können. Ja, natürlich. Aber ich war im Berger-Klub, weil meine Mutter vom Berg kommt und meine Kollegen eher beim Berg dabei waren. Und dann haben sie mich 1978, glaube ich, im 1978 war ich Präsident vom Skiklub Berg. Deine Mutter ist auch bekannt als geschaffige Frau, aber du hast eine super Betreuung in der Jugend. Das war vielleicht etwas, das damals noch völlig anders war, wie ich auch mit meiner Mutter. die Mütter da waren im Verein, oder? Ja, weil sie zusammen gearbeitet haben. Das war natürlich ein Vorteil, weil sie zusammen gearbeitet haben. Die Mutter hat mitgemacht in der Schreikerei, sie hat mitgemacht in der Kirche. in der Kirche in der Kirche. Und wir waren auch zu Hause. Wir waren auf der Strasse. Manchmal waren wir lieber auf der Strasse. in der Kirche. Aber es gab nicht. Wir sind gut aufgewachsen, was wir früh verantwortlich müssen. Als die Eltern noch waren, müssen wir die Verantwortung übernehmen. selber schauen. Und heute neigen wir auch eher dazu, uns dort viel Verantwortung abzunehmen und zu erledigen. Manchmal müssen wir etwas mehr Verantwortung übertragen. Aber es ist nur so einfach. Du hast die kleine Popperi in die Pferdgerei geholt, oder? Meistens haben sie gebraucht. Mein Vater hat vor allem für St. Galler Exporteure gestickt. Also nicht für die Grabs zu einem Gier. Aber er hat vor allem für St. Galler gestickt. Das ist meistens per Post cool. Dann hat man den Stoff aufgespannet. Dann hat er das gestickt und dann ist es wieder per Post weg. Was ich dann musste, bei den Goudi noch Schiffle Sticker und Schiffle Stickereien. Und zwei die nur eine Maschine hatten. Dort schon plombieren. Wenn die Maschinen nicht gelaufen sind, musste man die Maschinen plombieren, damit sie eine Ausfallentschädigung von der Treuhahn in St. Gallen bekommen. Da musste man eine Blombe drücken und einen Rapport machen. Wenn er wieder steigen konnte und er wieder erben konnte, dann musste man die Blombe wegnehmen und rapportieren. auf St. Gallen. Das konnte ich schon einmal. Du warst ja ein guter Schüler. Du bist ja ein guter In Kanti bist du aber richtig gegangen. Du hast nicht zu kaufmännisch gemacht. Ja, richtig. Zum selben Zeitpunkt, wo mich die Schule interessiert hat mich nicht so interessiert. Es hat mich interessiert zu arbeiten. Darum habe ich dann auf Kanti bezichtet. Im Nachhinein vielleicht hätte ich gesagt, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber du kannst es auch mit dem KV natürlich gut machen. Ich hatte einen guten Lehrbetrieb mit dem EIB. Dort konnte ich viel selbstständig arbeiten. Es ist nicht überall so, dass du selbstständig eine Buchhaltung oder im dritten Jahr eine Buchhaltung machen, einen Abschluss machen. Das konnten auch nicht alle, die mit mir das KV gemacht haben. Aber die Schule hat mich jetzt eher weniger interessiert. Aber er hat einfach dazugehört. Logischerweise. Warst du vielleicht auch ein bisschen ein Macher gewesen? Bist du in das eingewachsen? Oder hast du vielleicht noch nicht will? Die Maturanten machen dann eine Kultur-Pubertät und die anderen Primitiv-Pubertät. Aber in deutsch Aussage heisst es, die anderen kommen schneller ins Leben und die anderen erst mit 20. Genau. ist ja so. Ich mache mich gut drin. Der Vater hatte einen Nachbuer beim Grossvater Bergjama. Er hat dort die Ferien gemacht. Er hat bei der SBB einen höheren Job gehabt. Er hat die Unterlagen von der Verkehrsschule gebracht. Er hat gesagt, es ist eine Verkehrsschule oder es wäre da chemisch dann weiter. Der Vater hat gesagt, das vermuten wir nicht. In St. Galler Verkehrsschule und heute ist solches selbstverständlich. Wenn wir es auch nicht verurteilen an Kanti, dann ist das auch kein Problem. Und eine Verkehrsschule gibt es nur, aber es gibt ja andere Möglichkeiten, die man heute hat, die hier einfach nicht offen waren. Ich habe dann erst mit gut 30 noch ein bisschen Betriebsökonomie gestudiert, in Anführungszeichen. Dort hast du aber schon leitender Job gehabt, in der Wirtschaft, die man gestern gemacht hat. Ja, ich war dort der Kaufmännische Leiter und Personalchef. Leitbundern. Leitbundern, ja. Aber natürlich immer ... Aber man muss sagen, nicht Verwandte, nicht Verschweigerte, speziell. Nein, nein, das hat sich einfach eine Sorge gegeben. Tennis-Klub war ich schon apropos nicht sportlich, aber warst du im Tennis-Klub? Ja, ich bin jetzt noch dabei. Du bist schon froh aus jetzt? Ja, vor allem mit der Frau. Die Frau ist eher... Nein, jetzt bin ich froh aus. Weisst du, mein Sohn hat eben gesagt, das ist eine billige Frau, es geht, sie haben es voll für aussen gebraucht. Ja, das ist jetzt ein neuer Platz, mit neuen Belagten kann man für aussen spielen. Aber ich habe dort auch nur ein bisschen für Hausgebrauch, wenn man es macht. Aber die Frau ist im Vorstand vom Tennis-Klub. Und die Kinder natürlich alle drei spielen Tennis. Und darum habe ich mich jetzt auch wieder mehr fürs Tennis interessiert. Und du bist also mit 35 gestern entschieden, jetzt gehst du mal mit mehr Euro. Ja, das ist noch eine gute Frage. Vor der Wahlen sind ja dann im 1988, also 1989 ist die Amstel losgegangen. im 1988 hat dann die FDP Leute gesucht. Und dann hat der damalige Chef Hans Lippuner gesagt, ja, du könntest ja, eben, er sei da angefragt worden. Aber ihn interessiere das natürlich jetzt nicht so. Das sei jetzt nicht seine Welt. Er, er, nicht unternehmen, er müsste zum Unternehmen schauen und ihn interessiert das jetzt weniger. Und dann... Also der Hans Lippuner von der Lippuner. Genau. Also von der Berti. Ja. Die Anfrage ist etwas über das Berti gekommen. Denn das Berti hat sich ja politisch betätigt. Sie war ja noch Bezirksrichterin und Bezirksschulräte. Und so, ja, hat sich dann das ergeben. Er sagte, ja, gut, dann mache ich das. Dann kandidiere ich. Und dann hat es relativ viele Kandidaten gegeben. noch fünf Sitz, beziehungsweise noch vier. Eigentlich sind ja noch vier gewesen, weil der Maidammer ist ja mehr oder weniger gesetzt gewesen, selbstverständlich. Und dann ist es noch gewesen, oder? Dann haben wir fünf dann absolut mehr erreicht. Die fünfte ist dann, also mit Maidammer sechs, oder? Die sechste war dann Rosemary Schönholzer Ein Stimme weniger kann sein. Eine mehr kann sein. Und Hans Fricker kann bei zwei mehr sein. Es sind aber drei neue in Maidammer gewählt worden. Es waren nur zwei Weisjährige und drei neue. Es war noch spannend. Es wurde nie mehr nachher in den nächsten 24 Jahren. Aber es war eine seriante Feinde. Es konnte sein, dass ich nicht dabei war, dass Rosemary Stimme mehr gemacht hätte. Es konnte es geben. Und dann, acht Jahr später, hast du dann die Nachfolge von Bruno, von Mikkeberger angetreten? Im 1996 war die Wahl und ich bin schon mit 65 Prozent, wenn ich mich recht erinnern, gewählt worden. Wann war die Wahl? Im September. Es war immer ungefähr die Zeit um September 1996. Dann hast du am 1. Dezember gerade erlebt, dass die Schweiz nicht zu mir, wie er wollte. Ja, das war der EWR. Und du wärst eher ein EU-Befürworter? Ich war nicht ein EU-Befürworter, ich war ganz klar ein EWR-Befürworter. In der EU kann ich auch nichts anfangen, vor allem im politischen System von der EU. Aber der EWR wäre, bin ich auch überzeugt, dass es der richtige Weg wäre. Und heute mittlerweile natürlich sowieso. Wir wären heute mit lichten Stein die einzigen im EWR. nicht mehr und noch nicht weniger. Der Weg, den man heute einfach kommt mit den bilateralen Verträgen ist natürlich viel beschwerlicher, als er war. Immerhin wären wir Mitglied gewesen. Dass man damals zum Teil taktische Fehler gemacht hat, indem man das als Trainingslager für die EU angeschaut hat, war politisch nicht gescheit. Es war ja knapp. Ich kann mich noch erinnern, dass ich an verschiedene Anlässe ging. Ich war hier im Arbeitgeberverband im Vorstand und es gab verschiedene Podien. Ich habe dort den nachmaligen Bundesrat Blocher gehört. Drei Könige und so weiter. und so weiter. Es gab verschiedene Podien, wo das diskutiert worden ist. Und wir haben natürlich gesehen, es wird relativ eng. die Wirtschaft war eigentlich dafür. Aber jetzt werden alle von der Wirtschaft geballt dafür. Es ist jetzt so, wie es ist. Mit dem muss man umgehen. Aber es wird natürlich nicht ein Fächer und weniger. Das ist so. Wir sind jetzt ein ganzes Land, das auf dem Export lebt. Wenn man exportiert und die, die exportiert sind, ziemlich in der Nähe sind, dann musst du eine Konzession machen. Ich meine, nachgenehmig müssen wir mehr Konzessionen machen, mit den bilateralen, als wenn man der EWRK hätte. Das hat jetzt mal auf den Punkt gebracht. Sonst kann ich es politisch zu wenig einschätzen. Darum habe ich mich gefragt. Erstens einmal bist du einer der wenigen, der gesagt hat, dass es gleich viel kostet. Der Van Haugen hat uns einmal vorgerechnet in der Umkommission. Es hat in der Tat gleich viel gekostet, wenn nicht unter Umständen mehr. Da könnte man mitreden. Und zum zweiten hat er gefragt, ob er Arbeitgeberseite. Das heisst natürlich, mit anderen Worten, Taktik ist schon etwas Wichtiges. Ist das für dich noch ein Leerblatt gewesen? Das denkt ihr schon ich als Gemeindepräsident? Nein, entschuldigung, damals bist du auch mal gemeint. Der gibt taktische Fehler, weil ich bei einer Abstimmung nie mache. Ist das denn eigentlich in all diesen Jahren nie passiert? Nein. Ich habe gerade noch geschaut, dass ich zumindest keine Abstimmung verlore. Ich habe nie in einer Bürgerversammlung eine Abstimmung verloren. Ausser dort, wo wir ... Aber heute sind wir gerne in der politischen Gemeinde, weil es bei der Schulgemeinde bereits gestorben ist, der erste Anlauf der Einheitsgemeinde. Und einmal mussten wir nicht darüber abstimmen, über den Naturpark, was ich grundsätzlich schon gefunden habe. aber dann mussten wir nicht darüber abstimmen, weil ja alle anderen Partner vorher schon ausgestiegen sind. Dann musst du nicht abstimmen, nur damit du noch abstimmst. Aber die Taktik, in dem Sinne, als ich jetzt die Taktik taktierte, habe ich nie. Ich habe immer offen gesagt, was ich denke, wie wir es sehen. Und wenn du schaust, in die Mehrheit habe ich immer eine einhellige Meinung zu bilden. Und für das hast du manchmal auch etwas mehr Zeit gebraucht. Das heisst, wir haben vielmals diskutiert. Und wenn ich sehe, dass wir nicht eins werden, dann hat man einmal das Papierli wieder neu und ist halt daheim. Und hat an der nächsten Sitzung dann vielleicht eine veränderte Vorlage gebracht. Und danach hat man sich auf das geeinigt. Und ich habe jetzt alle Jahre ein paar mehr gehabt, alle Jahre vorhin die das Kollegialitätsprinzip eingehalten haben. Und das war etwas wichtiges auf unserer Stufe. Dass du in der Zeit unterschiedlicher Meinung sein kannst. Aber nach muss man sich einigen. Wer dann allen unterlegen das mit vertreten. Und da hatte ich nie das Gefühl, das wird nicht vertreten. Im Gegenteil. Zwei Dinge haben wir nicht engagiert politisch. Einmal habe ich erlebt, wie du jemandem gesagt hast, zu einer Neugewählten zu einer zu einer Neugewählten zu einer Neugewählten zu einer Neugewählten zu einer Neugewählten der Anwohner der Anwohner mit den Töfel herumgefahren haben. kamen einen Berater hin. Dort ist der Vater des Koi entstanden. Das war klar. Ein bisschen anders als andere, aber klar. Das ist so. Bei mir hat man gewusst, woran man ist. Bei mir weiss man, wenn ich es so sage, meine ich es so. Wenn ich es anders sage, meine ich es eben anders. Darauf ist die Pünktlichkeit. Du hast es vorhin angesprochen, unsere Sitzungen haben immer pünktlich angefangen. Das haben die Leute gewusst. Darum waren sie dort. Ich bin relativ direkt. Ich bin sicher nicht unanständig direkt, aber ich bin relativ direkt. Ich habe kein Problem mit dem nicht Gesagten. Mit dem, dem nicht gesagt wird, der dritte Person nachstudieren, wenn der gegenüber sagt, meint er mich oder der, der am Tisch sitzt. das habe ich nicht zu gerne. Da bin ich nicht gleicher Meinung, dann kann man darüber diskutieren. Am Schluss muss irgendwer einfach entscheiden. Das war mein Führungstil. Man kann einen halben Tag darüber diskutieren. Am Schluss muss ich entscheiden und ich muss es politisch verantworten. Wenn es um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ging, dann muss ich das verantworten immer so dahinter stehen können. Das war meine Führungsphilosophie. Ich habe die heute noch in allen Teilen verheben. Das ist eine andere Frage, aber sie hat jetzt 20 Jahre verhebt. Ja, und bis siebenmal mit einer Uhr wiedergewählt worden, ohne Probleme. Das ist gut. Vielleicht wäre es heute noch so, dass man authentisch ist und klar ist, dass man es vielleicht nicht erreichen würde. Ich bin auch kein Diplomat. Ich habe dir mal geschrieben, du hast auf die Mail nie geantwortet. Das war eine eine Uhrtaugung. Ich habe sie wie die Besten. Das habe ich nie geantwortet. Das habe ich Deutsch und klar gesagt. Und seitdem hat sich das perfekt geändert. Jetzt bin ich auch an der gestern eine Mail geschrieben zu U-Zeiten. Jetzt sitzen wir da. Du bist das nicht bereit, du bist lernfähig. Nein, du bist mir einfach. Manchmal ist es auch nicht bewusst, dass man da oder bewusst irgendwer will hängen lassen. Aber ich habe es mir auch nicht gerade irgendwie. Ich habe es auch nicht für mich eine Maxime, wo ich sage, jedes Mail geht innerhalb von zehn Minuten beantworten. Nein, du hast nicht zehn Minuten gehabt, eine Woche. Wenn ich hier sitze, dann erledige es meistens. Dann ist es erledigt. Aber wir haben natürlich mit dem Mail, das Mail ist natürlich auch nicht sicher gut. Man kann schnell erledigen, aber ein Mail hat natürlich ein bisschen abhalten. Es hält einen ab, und miteinander reden. Selbstverständlich. Oder wir hätten ja miteinander reden können. Das hast du eben nicht möglich gesehen. Das Telefon hat nichts. Ja, ich will sagen. Das ist doch gut das Blogzimmer. Ja, ja. Aber ich will sagen, das ist ja das Thema, dass man heute viel mit der Kamerameile schreiben kann, und ich habe immer gesagt, zu meinen Leuten, wenn es nicht passt, dann reden miteinander und nicht einschreiben. Dann lese ich etwas, was vielleicht gerne dort steht, weil ich zwischen den Zielen lese und dann der Nächste liest nochmal zwischen den Zielen und am Schluss gibt es einen Kreis, der nur hört. Ich habe bei allem ein Unternehmen dabei gewesen, wo es dann gerne umgut gekommen ist, weil man nicht mehr geschrieben hat, und die CCC und BCC sind noch länger weitergegangen, und es ist dann nicht ganz einfach, solche Situationen wieder zu bereinigen. Die E-Mails sind sehr gut, das ist wunderbar, aber man sollte manchmal auch eine E-Mail erst dann schreiben, wenn man einfach mal schlafen hat darüber und nicht in der E-Mail. Und Sebastian hat meistens gemacht, also in der Verrückten habe ich nie E-Mail beschickt, weil es bringt in aller Regel gern nichts. Soweit zu den E-Mails. Da würde es jetzt 100% recht geben, also ich meinte, es war wirklich anders, es hätte einfach nie einen anderen gegeben, aber vielleicht ist schon etwas wenig wichtiges, aber es hat sich jetzt alles geregelt, also es ist mit Nachtragenden überhaupt nicht. und ich finde auch, man ist ja lernfähig, jetzt wirst du 63 im April, der Andriotti ist mit 80 noch Ministerpräsident von Italien geworden, das war nicht der schlechteste. Also ein Haufen steht noch bevor, wenn du jetzt zurückblickst, jetzt sagen wir mal auf deine 28 Jahre, das ist jetzt so, das, was du jetzt denkst, das bleibt jetzt vom Rudi Rippe unter. Ja, ich hoffe natürlich, dass es möglichst viel bleibt. Ich gehe sicher in die Geschichte ein, als der, der am meisten Bauen hat. Also, bei mir wäre es kein Hochbau, den ich gebaut habe. Ich glaube, der einzige Hochbau, den ich gebaut habe, neu, ist der Abbrunnen Kiosk, im Vorabsee, wo meine Leute oder unter meiner Gide gebaut worden ist. Und dann noch die Sanierung von diesem Haus, das Spor Gas 4, das Erdstachhaus. Und sonst habe ich jetzt nicht wie andere, die zum Beispiel, ich sage jetzt, ein Sonnerdorf bauen. Hans Leip, der Unterschule als Präsident hat das Sonnerdorf neu gebaut. Diego Forer, als jetzt Schuler als Präsident aufhört hat, hat praktisch jedes Schulhaus saniert. Saniert mit St. Gallen. Ja, das gehört nicht so, um zu meinen Städten zu schauen, dass die Infrastruktur beieinander ist. Ein bisschen in meinem Altersheim, dort habe ich noch etwas gebaut. Gut, drei Mal habe ich gebaut, im Pflegeheim, dort war es aber etwas für die Region. Aber du hast die Zunge auf den Grappes gebracht. Ja? Du hast die Zunge auf den Grappes gebracht. Ja? Du hast die Zunge auf den Grappes gebracht. Ja, genau. Das ist ja schon etwas. Ich meine, du hast immer noch den Energielabel. Ja. der Grappes ist gleich wie Buchs, oder? Ja, das ist ja so. Ja. Ja, das ist halt oder? Das hat natürlich ein bisschen zu tun gehabt. Ich war ja ein paar Jahre im Vorstand vom Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen. Das ist ein Zusammenschluss von Gemeinden im Alpenbogen. Also Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, Leuchtenstein und Slowenien. Das ist der Alpenbogen, der so ein Gemeindenetzwerk unterhalten tut. Und dort ist Nachhaltigkeit ein Thema gewesen. Und da haben wir noch einen Haufen gesehen. Solche Initiativen, die meisten sind sowieso eigentlich so Bürgerbeteiligungsprozesse gewesen. Und das hat mich immer fasziniert. Und ich habe mich eigentlich dann am Anfang ein wenig gewehrt gegen das Label Energie statt weil ich ein bisschen entschädigter war von so Management Systeme. Also von Qualitätsmanagementsystemen. Weil ich das Gefühl hatte, da tust du nur Papiere ausfüllen. Du hattest ohne nicht gerne solche Projekte, die der Prospekt deutschens versprochen hat. Genau, das war eben ein bisschen das Problem. Und dann hatte ich aber irgendwann das Gefühl, ja, damit man sichtbar macht, was wir tun, oder? Muss man eben gleich aufsteigen auf den Zugenergie-Stadt. Und wir sind dann vor fünf oder sechs Jahren eingestiegen und haben ja dann mit ersten Audit 65 Prozent gemacht. Das hat doch geheißen, dass wir eben schon ein Haufen gehabt haben, ohne dass wir uns jetzt noch gross anstrengen müssen. Und dann mit dem Re-Audit hat man einfach gesagt, ja, jetzt mal schauen, was es gibt. Und dann hat unsere Berater dann die Meinung gesagt, wir arbeiten die 75 Prozent. Und das haben wir auch geschafft. Unter anderem natürlich mit so Projekten wie die Photovoltaik-Anlagen beziehungsweise mit Grabsolar als Aktiengesellschaft. Oder mit Projekten wie Wasserkraft. Wir haben ja noch ein paar Kraftwerke gebaut in der Zwischenzeit. Ich war natürlich immer überzeugt, dass man mit den Kraftwerken, die wir gebaut haben, mit Trinkwasser machen kann. Das habe ich jahreweise schon verfolgt. Nur hat es nie funktioniert. Man hatte immer das Gefühl, es sei zu teuer. Und als wir dann die Wasserversorgung inkorporiert hatten, ist dann gleich durch die kostendeckende Einspeisevergütung gekommen. Und dann hätten wir sowieso Sanierungen machen müssen. Wir hätten die Druckbrecher sanieren müssen. Und anstatt einen neuen Druckbrecher hätte man einfach eine Turbine eingetragen. Und das war's, oder? Ja. Das waren also Entscheidungen, die du natürlich sicher traf und mittrafen hast. Das war's schon schon. Ja. Wo ich mitgemacht habe, wo ich auch voll dahinter gestanden bin. Oder zum Beispiel im Turnhallen Kirchbünd, wo man die saniert hat. Das ist ja nicht ganz einfach, eine Turnhalle aus dem Jahr 1938 zu sanieren. Man hätte ja zur Idee kommen können, mit dem Packen rein. Aber weil das einfach eine Turnhalle war, die eine Mess hat, die es heute nur gibt. Von der Größe her. Also wenn du diese Größe willst, musst du dann von einer Doppelturnhalle kommen. Und wir haben das Gefühl, wohl, eine Sanierung würde sich grundsätzlich einfach reitig der Größe erlangen. Und natürlich auch wegen den Emotionen, die da dahinter sind. Weil man ja weiss, dort hat man ja frohen Erben geleistet. Die alten Turnern, und wie sie alle heissen, haben auch frohen Erben geleistet. Und dann musste man überlegen, man muss ja das Dach abdecken. Und dann haben wir natürlich anstatt ein Dachhuiton auf der Südseite haben wir ein Photovoltaikon lachuiton. Und haben dann profitieren können natürlich von der kostendeckenden Einspeisen, Vergütung, und das sieht gut aus. Vorzeigeobjekte, mit solchen Sachen. Man muss nicht hin, aber nichts Neues erfinden. Das Neues, was wir jetzt machen, in diesem Bereich, bei dem Anwasserpumpfwerk Ochse Sonne, haben wir jetzt einerseits aufs Dachhuit eine kleine Photovoltaikananlage und nebenher haben wir einen sogenannten Trecker gestellt. Der geht dann der Sonne an. Und natürlich, weil das Ochse Sonne ist ja praktisch von uns der tiefste Punkt und da kommt ein Teil der Sonne, der dann untergeht im Toggenburg, kommt dort noch vorbei und dort wird der Trecker dann warten, bis die Sonne kommt. Da sind wir jetzt dann gespannt. Auch wieder einmal zu probieren, wie das ist. Und dann natürlich ein ganz wichtiges Thema für uns war die Fernwärme, die wir von der KV-Anwuchs übernehmen können. Das ist ein ganz gutes Projekt. Und wir haben natürlich die Interestation dort ja primär KV-Angeläst, aber wir haben alle Gebäude angeschlossen und das Spital. Und deshalb war es natürlich eine Bedingung, dass wir die Öffentlichkeit alle anschliessen. Wir hätten ja umgekehrt einen Anwärmeverbund gemacht mit Holzschnitzeln. Das wäre auch Variante gewesen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das ist natürlich noch die komfortable Lösung mit einem Anwärmeverbund mit Holz. Das ist klar. Aber ich sehe, du hast auch einen gewissen Schutz. Und weisst du, was auch noch ganz gut ist? Jetzt hast du es endlich geschafft, mit Buchsen auf gleiche Höhe zu kommen. Gold ist Gold, ja? Gold ist Gold, ja. Aber die Konkurrenz hat es immer noch etwas gegeben. Ja, die Konkurrenz ist klar, das ist logisch. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ich habe immer gesagt, wir müssen miteinander, wenn es meinem Nachbarn gut geht, und da meine ich es primär, wenn es meinem Nachbarn gut geht, dann geht es mir grundsätzlich auch gut. Das war die Devise und mit dem bin ich gut gefahren. Aber die Konkurrenz gibt es trotzdem? Du bist ja Präsident der Region aus dem Ganzenland-Wederberg. Ja, genau. Die Konkurrenzen gibt es einfach. Wir leben immer in kleinen Karos, nach wie vor. Es ist natürlich so, jeder hat natürlich sein Hemd oder seine Gemeinde ihm natürlich näher, wenn er jetzt der Job oder der Nachbarn hat. Das liegt in der Natur der Sache. Wir versuchen zwar, und das war alle meine Mideweise, möglichst viel miteinander zu machen, wenn man kann, miteinander machen, was man besser kann miteinander machen, machen miteinander. Und was man allein gut kann, kann man allein gut. Aber es ist klar, da hätte es jetzt noch, sage ich, noch Luft nach oben. Das ist ja so. Aber, die Bürgergitte sehen wir auch bei gewissen Fusionen. Wir sehen ja auch gewisse Fusionen nicht zum Durchbruch kommen. Buchs und Sevel haben ja eine Grundsatz- Abstimmung durchgeführt. Das kam dann nicht zu Stand. Wir haben uns dort eingeladen. Ich habe dort immer gesagt, an und für sich ist jede von uns drei eigenständig leben. Du musst einfach eine gewisse Größe haben. die Größe liegt nach meinem Intervierhalt irgendwo bei 4.500 bis 5.000 Einwohnern. Das ist die Idealgröße. Dort kann man eigentlich die Verwaltung, jetzt sind wir bezogen auf die Verwaltung, dort kann man die Verwaltung auch relativ gut handeln, ohne dass sie jetzt anfangen zu probieren. Wir sind jetzt mit 7.000 Einwohnern in einem kritischen Ring. Wir haben aber das ein bisschen weggemacht, in dem, dass wir früh angefangen haben, die Kooperationen hinein oder mit der Schule zusammenarbeiten. Darum haben wir den Schritt. Bei uns war es nur noch ein Drittel. Darum konnten wir heute schon schauen und sparen. Grundsätzlich ist schon so, dass es eine kritische Größe gibt. Irgendwo gibt es den sogenannten Sprungfixen Kosten. Das heisst, man müsse dann den nächsten Sprung machen, also 10.000 oder 15.000 und so weiter, damit es sich wieder lohnt. Ich glaube, wenn wir uns den Mörschwil anschauen, sehr gute Steuernprozente, ganz niedrige, dann habe ich ganz andere Kriterien. Ich bin absolut der Meinung, dass einer Synergien Effekte bringt und Kostensparnis. Das möchte ich erst einmal sehen. Aber ich glaube es persönlich nicht. Wir haben nie gesagt, dass das eine Sparübung war, dass das eine Sparübung Selbst heute ist nicht so. Der Vorteil bei Meispositionen, wie das Gesetz jetzt ausgestattet war, bis dahin war es einfach so, dass der Kanton so viel investiert hat oder so viel Geld zur Flüge gestellt hat, damit die Höheren mit dem Höheren Steuerfuss auf einen tieferen Steuerfuss von der anderen Gemeinde. Das heisst, wenn wir eine Fusion mit Buchs gemacht hätten, dann hätte der Kanton 12% ausgeliechen müssen. Jetzt ja. Man weiss nicht, wie das Buchs kommt. Ja, man weiss nicht, aber er hat auch nicht den Ausschlag gegeben. Er hat ja Abstimmungen gegeben im Kanton, wo es nicht ausschlagiert. An anderen Orten ist er der Ausschlag eingetroffen, wie sie meinten. Oder sie haben viel mehr Geld darauf erwartet. Aber alles in allem ist schwierig, das Vorausschauen. Bei einem kann man entscheiden, aber das andere drückt. was nachkommt. Dann bist du eine andere Frage. Wie du nachher am Schluss aufgestellt bist. Die Gemeinde oder Goldach haben natürlich eine Ausgangslage mit der Stadt. Ja, natürlich. Die keine von uns hat. Wenn wir nach der Stadt sind, haben wir die Ausgangslage wie sie haben, die die Stadt alle Infrastruktur zur Verfügung gestellt und das Geld in diesem Sinne fast nicht gekostet. Das spielt eine andere Faktor in einer Rolle, den wir hier gar nicht hätten. Schauen wir noch ein bisschen in die Suche. Die erste Frage, das Schloss hat immer so gepasst, wie es da gelaufen ist. Du hast gesehen, wie viel Geld das hier generiert vom Kathon, wer alles kommt und wo es einfliessen. mit dem Schloss ist schon ganz am Anfang, als ich angefangen habe, hat mich natürlich interessiert. Ich habe dann gelegen, dass früher das Schloss beim Hochbauamt war. Das Hochbauamt hat das Schloss verwaltet, hat übrigens auch die Leute angestellt. Mit der Departementsreform, die dort einmal war, mit der Kathrin Hilber entschlossen, zum Amt der Kultur zu kommen. Dann haben wir uns mehr ausgetauscht. Ich hatte immer den Eindruck, es müsse ein bisschen mehr möglich sein auf dem Schloss draussen. Man müsse auch mehr Mittel ins Wetterberg von der Kultur. Und weniger von Berlin. Oder noch weniger in St. Gallen in der Stadt, logischerweise. Dann hat man versucht, erste Diskussionen eingeladen worden von Kathrin Hilber, das ist ja auch so eine Reminiszenz, um über das Schloss zu diskutieren. Dann wollte sie uns ein Schloss abtreten. Wir konnten das Schloss übernehmen. Das Dispositiv von dieser Besprechung habe ich gerade vorgeworfen. hier kürzlich. Und ich musste sagen, bei aller Freundschaft und Ehre, die du mir antunst. Aber da sind wir die gleiche Zeit wie das Juw 1956, als Friede Hilti das im Kanton geschenkte, eben nicht in Ortsmaigraps oder Maigraps. Und nachher haben wir natürlich einen interessanten Prozess durchgemacht. Und ich meine, das Programm, das wir heute haben mit dem Museum zusammen, ist ausgewogen. Natürlich kann man sagen, man könnte das eine oder andere sehen, dass es hier vor Ort anders ist. Aber selbst die Finanzen, der Kanton zur Verfügung stellt, mit den verschiedenen Leuchtturmen, die er hat. Und wir beachten jetzt halt eher die regionalen Brötchen. Und wir haben wenigstens, sagen ich, mittlerweile eine Kulturförderung, eben ein Wort Kulturförderung, die vorkommt und entspricht, indem wir in der Südkultur schon seit Jahren einen Fördertopf haben, der zusammen spannend ist. und das ist auch interessant. Aber der Klub zu Buchst, das kam nie zustande? Nein. Das eigenständige Kulturhaus? Ja, das ist im Regio Plus-Projekt, das ich durfte präsidieren. Dabei war ein Baustein, neben dem anderen. Das war auch eine Erfahrung mit dem Regio Plus-Projekt. Das war sehr interessant, das war ein gut ausgestattetes Projekt von BUM. Wir haben dort viele Themen wie Arbeiten aus allen Bereichen, Landschaft, Tourismus usw., unter allem auch Kultur. Ein Thema ist das Kultur- und Begegnungszentrum. Dort hätte man relativ viel Geld bei den Aussergemeinden holen müssen. Da sehen wir auch beim Schloss, dass man vom Schloss weg ist. umso weniger sagt der Bürger, wenn er weiter weg ist, bringt mir das etwas. Und die gleiche Situation mit dem Kultur- und Begegnungszentrum, dass relativ viel Geld von den Aussergemeinden kommen musste. Und dann starb bei etwas anderen Projekten. dort aussen natürlich auch. Ich denke, Politik macht viel Arbeit, es ist ein grosses Engagement, aber richtig zu profilieren zeigt sich nicht, dass eine Region etwas Spezielles bringt, das wäre ja Kultur. Wenn man denkt, St. Gallen spricht von Don Camillo, man spricht von Stadttheater, das fehlt bei uns. Warum? Man müsste die Politik dort umdenken, warum tut man es nicht? Ja, umdenken müsste man sicher, was man tun hat, manchmal auch mit dem zu tun, dass man dann immer mit dem Beitragen und dem Zeug vor den Bürgern muss. Und dann hat es die einen natürlich das Gefühl, da gibt es Kultur. Es ist einfach in einer Stadt einfacher. Wenn man zum ersten Erfolg hat, es muss nachgewiesen sein, dass Kultur und wirtschaftliche Erfolge präfte, dann sagt es anders aus. Und dann haben wir auch noch andere Projekte, sehr interessante Projekte. Eines ist jetzt übergeblieben, das ist die Bäuerinnen-Apero. Das ist natürlich übrig geblieben aus dem Projekt. Eindeutig, das ist ja. Und andere Projekte, eben Naturpark, haben wir dann halt beerdigen, weil unsere Partner in Togenburg nicht haben wollen. Wahrscheinlich zuerst hätte man eine andere Übungsanlage wählen können, aber die Übungsanlage hat auch der Kanton vorgegeben. Dann haben wir gesagt, es gibt im Kanton St. Gallen höchstens eine, und nicht zwei. Und dann musste man sich finden. Wir haben uns dann gefunden, die Diskussionen unter den Gemeinden, die sind relativ positiv gelaufen, unter den Gemeinden. Im Nachhinein ist es jetzt so, wie es ist. Ich meine, es wäre eine Chance gewesen, auch insbesondere für Togenburg. Wir haben nicht die strukturellen Probleme, wie Togenburg hat. wir hatten einfach das Gefühl, unsere Landschaft ist so viel geschützt. Mit dem Bundesinventar von schützenfährten Landschaften und Naturrenkmalern, dass wir eigentlich sagen müssen, diesen Schutz muss man ja gewährleisten, also werden wir auch einen Gegenwert haben. Das waren dann die Beiträge an den Naturparkern. kritische Stimmen haben natürlich gesagt, dann kann man einen Skilift und die Wesselbahnen auflassen, im Togenburg und dann kann man den Bauern nur bauen, wie er will. Ich weiss auf einer anderen Art im Bündelamm, wo es so schwierig ist, dort funktioniert es. Und ich weiss, im Mäntelbuch funktioniert es sehr gut, der Biosphärenpark. Ich weiss natürlich vor allem, dass in Österreich die Naturparken alle sehr gut funktionieren und sogar in Regionen, wo riesige, riesige Skigebiete sind. Es funktioniert alles. Aber auch dem traue ich nicht noch. Man hat dort das Beste möglich gemacht. Man hat versucht, das Projekt auf den Weg zu bringen. Man muss ja dann irgendwann sagen, der Bürger hat entschieden. Er hat das zwar nicht als Grabs entschieden und nicht im Bartal und noch nicht im Sengaldium, sondern er hat im Togenburg die Ersten. Das war negativ und das Gleiche ist es nochmals passiert mit dem Neckertal. Ich behaupte, wenn wir allein gewesen wären, hätten wir sicher die besseren Chancen gehabt, wenn wir zuvielten oder zuvielten gewesen wären. Wir könnten noch ewig reden. Aber ich merke, da ist noch die Mengen, die du nicht fertig gemacht hast. Ich denke, der Frick Regierungsrat hat einige enteignet. Er musste in seinem Amt als Bauchef und hat dann nachher nicht mehr in der Regierung gesagt, es ist dann noch zu 16 Mal geholfen, um das wieder zurück zu machen. Bruniette oder ehemals die Schuler hat eine neue gepflanzt. Die Bäume sind wie Afrika. Jetzt gehst du quasi in Pension. Kommst du wieder mit Ideen? Bist du so ein Pensionär? Wie siehst du dich? Ich habe mir vorgenommen, wenn es irgendwie geht, Lust zu schauen. Aber ganz sicher nicht. Ich kann es nicht sagen, wenn ich einmal ein Jahr Abstand habe. Da muss ich sagen, da bewundere ich meinen Vorgänger. Er hat sich, wir haben hier auch miteinander am 31.12. das Büro verlassen. Am 96. Wir sehen den Namen. Wir haben das tun, aber politisch hat er sich nicht mehr geäußert. Ob ich das kann oder nicht, verspreche ich jetzt niemandem. Das wäre jetzt falsch. Aber ich habe mir erfahren, mich nicht einzumischen. Auch bei meinen Nachfolgern nicht einzumischen. Wenn man mich fragt, gebe ich sicher Auskunft. Wenn man mich fragt, gebe ich meine Meinung ab. Aber ich bin überzeugt, ich muss schon lernen, loszuhören. Wenn du 20 Jahre mit Liebe und Seele machst, oder insgesamt 28 Jahre, und alles, was ich gemacht habe, habe ich mit Begeisterung gemacht. beim Skiclub und dort konnte ich hören. Eine andere Aufgabe hat mich dann aufgefressen. Ich hatte keine Zeit mehr. Jetzt muss ich eine Aufgabe suchen, die mich absolviert. Und dann ist es erledigt. Gut, okay. Wir werden Ruedi Lippo begleiten auf dieser Suche. Und immer wieder fragen, was ihm wichtig wäre. Und das, was ihr hinten gesehen habt, das war meine Frau, die hinten filmt. Auch wir gehen neue Wege mit Reinwäldern. Aber ich möchte nicht Schlusswort haben. Schlusswort gehört natürlich der Gemeindepräsident von Grabs, der 28 Jahre die Eszepter der Gemeinde Grabs in der Hand hat, wie er sagte, in einer authentischen Art und Weise, in einer berechenbaren Art und Weise, in einer Art und Weise und immer konnte zu dem, was er gesagt hat, auch Gratst du. Wir stehen jetzt kurz vor Jahresende, da wünscht man sich alles Gute. Was wünschst du anderen? Was wünschst du dir? Ja, also das Wichtigste ist, ich glaube für alle, für andere oder für mich selbst, bei Gesundheit, das ist etwas, was das Wichtigste ist. Und natürlich, dass sich mein Grabs weiter positiv entwickelt. Und vor allem meinen Nachfolgern wünsche ich natürlich viel Erfolg und vor allem auch viel Befriedigung. Und das ist für mich das Wichtigste. Das hat mich auch befriedigt. zu sehen, das ist ja nicht so lange gemacht, wenn es mich nicht befriedigt hätte. Und ja, wo mich dann darauf freue ich mich natürlich und hoffe, dass ich das auch noch erlebe. Also natürlich, Spital Grabs dann im neuen Glanz, dann, der Neue vom Spital Grabs. Da freue ich mich natürlich jetzt schon auf Hoffen, auf die Eröffnung. Und das ist schon Meilenstein für unsere Meinung. und ich denke, ja, alles Gute. Und dann schauen wir weiter. In die Zukunft schauen, kommen wir zum Glück nicht. Und das ist auch gut, kommen wir da nicht. Und wir wissen nur, wie lange wir auf dieser Welt noch sind. das kann von einer Stunde auf die andere anders sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, möchte ich allen danken, die mich begleitet haben die letzten 20 Jahre. Und ich habe das gerne gemacht, das war meine Berufung oder mein Beruf war schon Berufung.